Musik Herzlich Willkommen zu meinem Vlogmas für alle die neu dazugekommen sind ich lade jeden zweiten Tag jetzt in der Weihnachtszeit ein Video hoch und mich würde es wirklich super freuen wenn ihr ein Abo bei mir da lasst denn ich versuche derzeit auf die 10.000 Abonnenten zu kommen um bei YouTube NextUp mitzumachen also lasst gerne mal ein Abo da, das würde mich mega freuen. Guten Morgen heute ist der 3. Dezember Vlogmas geht weiter, ich bin gerade hier dabei ein wenig die Küche aufzubauen und für das heutige Video habe ich mir gedacht warte mal, schneit es draußen warte, da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen kurze Unterbrechung es regnet irgendwie aber ich könnte spüren, dass ich glaube es schneit also ich bin ja gerade in Berlin und ich habe wirklich gesehen, dass es minus 3 Grad gestern war ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, aber da sind so ganz ganz kleine weiße Partikel und ich glaube das ist Schnee das ist ja einfach der perfekte Start in den Tag ich habe mir nämlich für heute Morgen überlegt dass ich so ein paar Dinge machen möchte um mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen weil es ist nämlich schon der 3. Dezember und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung deswegen muss ich auf jeden Fall dann noch ein bisschen dran arbeiten obviously alright, aufräumen ist auf jeden Fall jetzt fertig und jetzt werde ich erst mal mein Frühstück zubereiten ich überlege gerade wie ich mein Müsli so ein bisschen weihnachtlicher gestalten kann da habe ich mir einfach überlegt ich nehme zu der Banane einfach noch ein bisschen Zimt weil Zimt ist doch immer weihnachtlich eigentlich, oder? also wenn ich alleine schon an Zimt rieche ist das so direkt Weihnachtsstimmung perfekt das ist eine gute Idee das werde ich da jetzt so rüber streuen wird schon passen und jetzt kommen noch ein paar Früchte rüber und dann sind wir auch gut fertig ach ja genau, zurück zur Weihnachtsstimmung ich wurde gerade ein bisschen vor den Mikroschneeflocken da draußen abgelenkt und so habe ich mir überlegt heute einfach mal einkaufen zu gehen und lauter Sachen zu kaufen also Essenssachen zu kaufen die mich an Weihnachten erinnern und ich habe halt gedacht was ist so der ultimative Weihnachtssnack? also wir hatten vor ein paar Tagen Lebkuchen das finde ich auch auf jeden Fall mega der Weihnachtssnack aber ich habe mir überlegt ich finde der ultimative Weihnachtssnack ist eigentlich Spekulatius, oder? schreibt mal euren Lieblingsweihnachtssnack in die Kommentare dann kann ich den vielleicht auch mal ausprobieren vielleicht mögt der ja da dieses Jahr leider die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden werden habe ich mir überlegt was bekommt man denn auf Weihnachtsmärken was so richtig weihnachtlich ist also ich finde einmal gebrannte Mandeln und so ein Punsch irgendwas so ein Getränk und ich denke ich werde einfach mal ein einfaches Rezept für einen Weihnachtspunsch ausprobieren aber ich denke das werden wir dann gleich sehen was es so im Supermarkt gibt und genau ich werde einfach mal schauen was mich so überzeugt worauf ich Lust habe was mir gestern noch aufgefallen ist man kann es ja auch mit Dürfen versuchen also wir hatten gestern eine Mangarine aufgeschlitten und das hat ja dann so weihnachtlich gerochen also ein Tipp ist noch eine Mandarine sich kaufen und Essen nicht mal Upsi ok was fehlt noch Apfel ich war mir übrigens gerade einen Kaffee ich habe das Gefühl seitdem ich wirklich wieder in Berlin bin bei Jette trinke ich täglich einen Kaffee seid ihr Kaffeetrinker? also oh nein es läuft über ich muss ja zugeben ich habe Angst süchtig von Kaffee zu werden und ich glaube wenn man einmal täglich trinkt dann ist das noch ok oder? ich denke schon ich meine was ist denn die Definition von Kaffee süchtig also man muss bestimmt mindestens 2 am Tag trinken oder? aber ich bin mir nicht so sicher ich bin jetzt frühstücken Zeit für einen kleinen Snack yes lecker lecker eine Schokoschokriegel da bin ich mal gespannt wie er schmeckt tschüss es ist jetzt mittlerweile schon wieder viel zu dunkel draußen weshalb ich jetzt nicht laufen gehe sondern schnell ein Homeworkout mache fertig mit dem Workout ich mache mir jetzt auf den Weg einkaufen und Paket wegbringen wir sind zurück vom Einkaufen ich habe jetzt hier einmal diesen Saft gekauft und diese Spekulatius und die werde ich tatsächlich jetzt mal probieren und zwar werde ich hier diesen Traubensaft mit heißem Wasser auffüllen und dann hoffe ich dass es so ein punchartiges Getränk wird wie man das meistens auch im Weihnachtsmarkt hat und ja ich hoffe das klappt jetzt nehme ich hier noch heißes Wasser zum Traubensaft und schau mal das warmen Look ist aber so vom Aussehen finde ich sieht es auch schon aus wie ein Punsch haha jetzt bin ich mal gespannt wie das so schmeckt oha das schmeckt richtig gut das mache ich jetzt öfter wow oha also das kann ich auf jeden Fall empfehlen wenn man einen schnellen warmen Alternativpunch haben möchte mega gut Traubensaft mit heißem Wasser einfach geht es glaube ich nicht jetzt habe ich hier noch diese Spekulatius ohja das riecht 100% nach Weihnachten ich hatte das jetzt bestimmt auch ein ganzes Jahr wieder nicht so gut ich habe sogar welche gefunden die vegan sind weil richtig oft ist da so Ei oder Milch drin und Butter deswegen ja kann ich auf jeden Fall empfehlen Möchtest du ein Spekulatius Yeti? gerne Guten Morgen heute ist der 4. Dezember und ich bin gerade dabei schon eine Acai-Bürze machen und zwar nutze ich hier einmal dafür das ups der ist mir fast auf die Hand gefallen das Acai-Püree von Pamela Reif dann habe ich schon hier eine ganze Banane reingetan in den Mixer und dazu kommt jetzt noch eine Avocado und Blaubeeren die Avocado kommt da rein damit das alles so ein bisschen mehr geschneidiger ist das tue ich immer ganz nach unten in den Smoothie Mixer damit das alles ein bisschen einfacher ist zu mixen ach und beim Acai-Püree warte ich immer noch so eine halbe Stunde bevor ich das in den Mixer tue beziehungsweise bevor ich den Mixer anstelle denn das Acai-Püree ist ganz schön gefroren deswegen lasse ich das immer noch so ein ganz bisschen weicher werden damit der Mixer das auch schafft mit dem Pürieren das gleiche bei den Heidelbeeren beziehungsweise Blaubeeren auch im Moment wenn man vor dem Kühlschrank steht aber vergessen hat was man rausholen möchte ach ja Toppings wenn man die Acai-Bomasse dann nämlich fertig gemixt hat kommen noch Toppings drauf wie zum Beispiel noch ein paar Blaubeeren Banane dann kann man noch Chiasaam drüber machen Kokosraspeln und so ein bisschen Gornola also so Knuspermüsli und dann sieht das alles noch ein bisschen schöner aus und man kann es noch mehr genießen ich habe den Mixer jetzt mal angemacht aber der ist ganz schön laut deswegen hört man immer nichts ich bin jetzt vom Duschen wieder zurück und Jetta hat gerade die Bowl fertig gemacht und schaut mal yumm ich zeig euch mal was da jetzt für Toppings drauf sind Blaubeeren dann Banane ein paar Himbeeren dann haben wir noch so ein Nussmus also wie Peanut Butter und da drunter sind dann noch Chiasaam und Kakao Nips so sieht dann die fertige Bowl aus hui ich bin gerade tatsächlich dabei mein Video zu bearbeiten also das was ihr hier gerade seht und ich habe gerade mega Hunger bekommen deswegen ist es glaube ich jetzt Zeit für mich meinen Adventskalender Snack zu mir zu nehmen deswegen werde ich den jetzt mal ganz schnell holen und gönnen mir einen Riegel oder was auch immer drin sein wird ich weiß es nicht es ist immerhin noch eine Überraschung nicht wahr hier ist die 4 heute ist nämlich der 4. Dezember uuuh what is this uuuh ok es ist what is that bin ich mal gespannt es ist kein Riegel aber es ist auf jeden Fall auch so uuuh ist richtig hart vielleicht stand das ein bisschen zu lang neben meinem Fenster da ist es ein bisschen kühl schau mal das ist halt kein Riegel sondern es ist einfach in so einer kreisrunden Form und ich habe da gerade schon versucht rein zu drücken es ist echt schwer also ich glaube es ist ein bisschen gefroren und ich glaube es hat sogar eine Himbeerfüllung naja ich werde es jetzt mal ausprobieren ich muss sagen es ist auch lecker es schmeckt nach Kakao es schmeckt nach Himbeere und es schmeckt nach Vanille irgendwie jetzt gehe ich mal weiter schneiden es ist einfach draußen gerade so kalt das ist einfach minus 3 Grad deswegen machen wir jetzt auch schnell einen Tee und zwar habe ich hier so einen Lakritztee ich weiß nicht ob ihr das jemals probiert habt aber also ich mag nicht gerne Lakritz so essen aber dieser Tee der schmeckt richtig gut und kann ich nur empfehlen als falls ihr den mal irgendwo seht der Tee ist übrigens auch mit so Orangenschalen und Kardamom gemacht deswegen ist es auch total weihnachtlich deswegen gönne ich mir jetzt hier erstmal so einen weihnachtlichen Tee Jetta hat mir den hier gezeigt den Lakritztee und das ist gerade irgendwie der Zeit mein Lieblingstee aber erzählt mir mal oder schreibt mal in die Kommentare ob ihr irgendwelche Tee Empfehlungen habt für mich also ich bin eher so Team grüner Tee schwarzer Tee also es gibt ja natürlich noch Früchte Tee Jetta und ich machen uns jetzt auf den Weg nach draußen denn wir haben richtig Bock auf ein Banana Bread und wir müssen einkommen ja genau zwei Fliegen in einer Klappe wir werden dann schon mal das Haus verlassen so sieht es aus es ist so kalt Jetta und ich haben uns jetzt ein Banana Bread gegönnt richtig lecker ach ich freue mich dieses leckere Bananenbrot wir sind nämlich gerade auf dem Weg zum Einkaufen wir brauchten einen Snack weil wir so hungrig waren ich mache erstmal wieder einen Großeinkauf der Korb füllt sich auf jeden Fall mittlerweile ich kann sie irgendwie nicht finden hier super gute Augen wir haben uns wieder so viel einkaufen ja so viel meine Hand fällt gleich ab der Korb biegt sich auch schon haben wir alles jetzt geschafft super wir sind zurück vorm Einkaufen und huu wir haben so schwer geschleppt wirklich ja da hast du recht immer schön Hände waschen ja echt immer das erste was wir machen das war's mit dem Vlogmas nicht vergessen zu abonnieren damit wir auf die 10.000 Abonnenten kommen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Teil Tschüss Tschüss